um es nicht verstanden hat jetzt sie bekommen zurück zu let's play terranigma diesmal in schönen japanisch denn wir sind im letzten partie in diesen raum reingegangen was ja quintet ist und ich habe es nicht gerade so nachgeforscht aber ich glaube das wird schon das entwicklerstudio sein da komme ich auch immer durcheinander wer ist entwickler wer ist der publisher ich weiß nur der eine mords und andere bringt zu haus vielleicht war es irgendwie so ich weiß nicht genau aber jetzt gucken wir es erst mal hier an bevor wir weiter in der story gehen so dann würde ich mal sagen erst mal gehen wir mal zu den programmieren fängt ja schon mal super an und da ist ein pinguin okay was ist du zu sagen hallo ich bin der computer experte finde ich jetzt auch ziemlich lustig ich habe mich ein paar forum auch immer aki genannt beziehungsweise ganz 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 am anfang meistens als er da war ich ein ziemlicher naruto fan und da gibt es ja katzkis und hatte ich immer die abkürzung aki also genauso nur ohne den c klingt jetzt auch ziemlich witzig es gibt ein aki der computer experte ist und das ist ein süßer ping green gut okay mehr ist ihnen zu sagen genauso rätselig nicht so was dazu zu sagen manchmal zwei tage urlaub das hast du dir einfach verdient was ich arbeite das war nicht hier aber danke aber das ist ein teddy bär hallöchen hallo ich bin da nett ich kaufe kaffee und singe dabei alles klar so dann habe irgendwie kein bei mir entlang lauf aber so groß ist das gebäude auch nicht zur tonabteilung wo diese schön sonst hier kriegen wie gefällt dir die musik ich komponiert habe die ist einfach zum kotzen medisch schon cool ich habe es ist eine woche die gleiche unterwäsche an nicht nur du ne quatsch du bist der einzige so wenn haben wir dann noch alles hier geschäft gehen wir später mal da kann man nichts machen oder ich glaube bei kein pc kann man was machen so das büro wird jetzt einige anders sein weil der chef da links ist aber okay ich bin der praktikant für mich wird man noch viel hören von mir okay finde ich irgendwie nix auf geht's im nächsten monat habt jetzt zwei tage frei schafft was okay die geben wir schon mal obwohl ich gar nicht arbeit ist ja super gegen den tisch laufen ist eine riesen arbeit apropos werden auch demnächst mal die super trete kriegen das zeige ich auch mal denn das ist auch ziemlich cool immer noch zwei plätze frei da kommen noch so super schuhe rein damit wir schneller laufen können und hier rechts kriegen wir dann demnächst im nächsten tanchen ein so was zum tauchen glaube ich denn man unter was die luft anhalten kann dann haben wir auch schon alle fünf wichtigen items die uns neue fähigkeiten geben aber dazu später ab ins labor guck mal wer da ist kamera okay diese das schmutes hirchen von annett alles klar das ist mein arbeitszimmer hier entstehen die besten szenen des spiels aber hier ist es ziemlich einsam hilfe noch bei der arbeit okay ich glaube du hast die arbeit schon geschafft oder ich weiß nicht spiel sehr gerade aus der war zu faul und am ende gibt es einen großen bug den es auch eigentlich gibt wenn man kann hier oder hier irgendwo in der nähe den allerletzten links mit den allerletzten kristall den man in der europäischen version nicht spielen kann also nicht kriegen kann deshalb auch so ein kleines drama wegen den kristallen habe was machen die frösche hallo ich bin wirklich gerade eine katastrophe einen katastrophenladen alles klar am liebsten laufe ich barfuß durch die gegend erinnert mich gerade an einen song da gibt es auch kaulquappensocken oder und irgendwie eine parodie auf irgendetwas ich weiß schon ich überlege ich bin ich bin ich esse alles hast du etwas nur du kriegst nichts und das kennen wir ja das schlafzimmer hallo ich esse m arbeite in der abteilung für allgemeine angelegenheiten die müffel ist ein wenig die programmierer schlafen hier ok und da ist ein kuscheltier sehr cool wir können einfach reinlaufen ach so was mag ich ja ist ja cool und gleich geht es zum schiff aber erst noch hier zur planung die wilden hühner ich habe bereits mit begonnen dein spiel zu programmieren das spiel wird terra nigmar heißen abgefahrener name ich war finde ich eigentlich auch denn ersetzt sich zusammen aus terra für erde und irgendwas nicht mal was erschaffen heißt auf lateinisch also das heißt auf lateinisch die welt erschaffen abgekürzt zusammengequetscht irgendwie so finde ich schon mal ein ziemlich cool namen obwohl es eigentlich soll laser nummer drei heißen müsste oder so ähnlich glaubt man jetzt dass das der vorgänger ist ach ich bin mir nicht sicher die haben so viel geile rpgs rausgebracht keine ahnung der mir sagt ist der autor des spiels ein echter freak man sagt er sei als kind vom wickeltisch gefallen ja das kann auch lernen warum man hühner einstellt naja das nächste spiel heißt ups das habe ich nicht verraten gott ich freue mal das nächste was zu programmieren ist ich weiß nicht entweder was sie gut auf evermore oder ich glaube schon ich bin mir nicht ganz sicher ich hatte im chef da waren wir noch gar nicht hallochen genau illusion of time war das vorherige genau stimmt das war's nach illusion of time wird terrenigma unser nächster kracher vor einiger zeit ist mein resierparad explodiert stimmt von der seite aus sieht er aus wie ist der alkoholiker ok ok so dann wissen wir auch mal ein bisschen davon gut es ist schon fast zehn minuten vorbei ungefähr oder neun oder ich weiß ja nicht da ist das richtige gebärs oft oder sie zumindest aus das schon mal ziemlich einladen entlang aber da gehen wir später rein jetzt mal sagen wir sayonara und schütz gut das habe ich eine meisterprüfung wie komme ich jetzt wieder zurück das wird so schwer da geht es noch gerne und zu einer krassen festung müssen ja auch spät noch hin ach ich weiß wie du bist lange genau ach ja da habe ich immer so oft verfahren es ist unglaublich das war hier das war hier ach ja das ist die insel muh ich denke auch später gibt es eines der legendären waffen er hat man sich schon ziemlich cool war es hier oder da wo du siehst schon mal ganz gut aus ja genau wir müssen hier denn den ganzen weg müssen wir jetzt per fußmarsch machen denn jetzt gehen wir wieder zurück und da kommt man mit der schriftlich sehr ganz gut hin also müssen wir es wieder per fußmarsch erledigen aber das ist ja nicht so schlimm ach das wird ein schöner dungeon er erinnert sehr an den allerersten dungeon die wir hatten mit den pflanzen und die turbo trete muss ich auch mal holen wenn die so hießen genau an solchen anlegen stellen können wir nicht anlegen was ziemlich blöd ist und hier in der nähe ist auch sonst nichts anderes aber wir haben es ja per fuß geschafft also kein ding warum renne ich nach sie heim gut das sind wir wieder bei dem sehr wachs und kotzen ihm vor die füße ähm wo ist er ach da an sehr was weiter zu geben wächtest du das anwählen natürlich gut guck mal dieser ring ist dir etwas zugestoßen scheinbar ein schiffsunglück ich verstehe sie kam niemals zu spät danke für die nachricht ich gehe zu ihr äh äh okay alles klar haben wir den ring noch ne der ist weg gut dann ab in den nächsten dungeon da können wir nichts machen was war denn das jetzt war das ein grafik fehler anscheinend schon keine ahnung so dann wieder die fische ab werfen ja ich kann einfach so die gehen nicht weg da sieht man schon da blubbert was da können wir später tauchen um voranzukommen schwimmen können wir ja schon jetzt machen wir dann halt so gut wird aber auch nicht versteckt oder ne du gut ach wie ich die vermisst habe die donnerkröten ich glaube die können mich auch verwirren oder so aber damit wenn es nicht das nicht holpen wir werden mann genau das war so da oben scouten da später die turbo treter man merkt schon langsam hat sich alles dem ende zu aber wir haben ja noch einiges zu tun zum atmen unter wasser schönes ding du so die machen wir schnell platz so und jetzt dahin und tauchen das ist auch eine etwas größere hülle glaube ich das ist etwas umfangreicher da kann man immer gucken wo man über die blubber bläschchen sind meistens aber auch gegenwärtig muss man das aufpassen so und ist erst mal runter ja gut da war auch nix immer gucken irgendwann auch so nervig komische schleime da die ekel schleim ich glaube es bringt ziemlich viel erfahrungspunkte aber und wir sind verwirrt und die steuerung ist eine marsch geht es wieder okay sie geht wieder alles klar so die blumen kennen wir vom allerersten dungeon und langsam wird es verwirrend so geht es hier lang was wir schaffen was ist das denn was ist das für ein schatten hilfe helfe helfe doch ich dachte ich hörte was okay ich glaube ich habe was vergessen aber wie schon alles wie sport wir haben nicht mehr viel zeit okay da geht es zurück das wird blöd dass wir so gut und das sind wir ja nicht blöd dass wir uns ich komme nicht mal hoch und geil vergiftet ist es doch schön okay da haben wir aber da gibt es ja was von razzio formen das war fluch das war vergiftung war das ist ein komischer zauber mal gucken oder das war das falsche ich weiß es nicht denn ich blöde wicht hat vergessen das andere ich bin wieder gesund und munter okay das war jetzt nicht drunter moment das ist ja pervers da komme ich auch nicht lang was geben so aber da komme ich genau wusste vielleicht besiegen oder was ich weiß schon war nicht mehr irgendwas war schlecht aus nicht runterfallen gut die zeit ist schon wieder abgelaufen nicht gerade sie dann wir können dort irgendwo retten zum oberen kommen auch später dann ab nach unten ja das wusste ich wir kriegen den drachen an ein ziemlich versteckter gegenstand was war das normal ich weiß schon gar nicht mehr ich habe eine waffe was nicht gibt halten starken strömungen ja mit denen ist man nicht gerade so aufgeschmissen tatsächlich gehe ich hochschwimmen kannst du konnig zwar nicht mehr aber will ich ja auch nicht wo die bank habe ich blöd zu besiegen die da müssen die augen offen halten dann brauchst du es nur das wort ist die mache ich noch platten da spreche ich hier mal kurz oder waren es nur zwei gut dann bin ich mal import hier im nächsten part gucken wir es mal weiter um und guckt mal was das für ein schatten war ich bin sehr gespannt hoffe ich auch also wie immer danke für zugucken und bis nächsten part